Willkommen, Marius Ebert hier. Ich löse mich mal so ein klein bisschen von der Prüfungsfrage, die hier vorliegt, und gebe einen Überblick über Lagerkennzahlen. Einen Überblick. Ja, damit beantwortet sich im Prinzip dann auch die Prüfungsfrage, die ich hier vorliegen habe, und zwar eine Möglichkeit, jetzt hier diese Lagerkennzahlen, also Schlüsselwort natürlich Lager. Im Prinzip zwei Teile hat dieses Wort, von der Bedeutung her Lager und Kennzahlen. Kennzahlen kennen wir für viele Bereiche. Hier sind es Kennzahlen für das Lager und eine Untergruppe sind die Lager, ich kürze ab, L, die Lagerbestandskennzahlen. Die Lagerbestandskennzahlen. Ich habe da schon ein Video zu gemacht. Ich will kurz hier noch ein paar skizzieren. Skizzieren. Da ist einmal der eiserne Bestand. Da ist der Meldebestand. Das sind alles Kennzahlen. Dann ist da der Höchstbestand. Dann ist da der optimale Bestand, der optimale Lagerbestand. Und da ist da der Durchschnittsbestand. Das sind Lagerbestandskennzahlen. Zweiter Teil des Wortes hier immer Bestand, korrespondiert hier mit diesem Bestand. So, dann eine zweite Gruppe von Lagerkennzahlen sind Lagermesszahlen. Lagermesszahlen. Und da ist die wichtigste überhaupt die Lagerumschlagshäufigkeit. Die Lagerumschlagshäufigkeit. Wie oft wird das Lager innerhalb eines bestimmten Zeitraums umgeschlagen? Das heißt, aufgebaut und einmal komplett abgebaut. Das ist dann ein Umschlag. Lagerumschlagshäufigkeit. Wenn wir das Lager einmal aufbauen und komplett abgebaut haben, werden wir das Lager einmal umgeschlagen. Wie oft passiert das innerhalb eines bestimmten Zeitraums? Meistens berechnet man das pro Jahr. Dann natürlich die Lagerdauer. Und Lagerdauer müssen wir natürlich beziehen auf Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3. Und am besten mit Durchschnittswerten arbeiten. Wie oft liegt ein bestimmtes Produkt, ein bestimmter Rohhilfs- und Betriebsstoff auf Lager? Eine weitere wichtige Lagermesszahl ist der Lagerzinssatz. Sie wissen, dass im Lager dadurch, dass wir Rohhilfs- und Betriebsstoffe und auch Halbfertigfabrikate und von mir aus auch Fertigfabrikate oder auch Gegenstände zum Verkauf als Händler auf dem Lager lagern, dadurch binden wir Kapital. Das heißt, der Betriebswirt rechnet ja mit dem Begriff Kosten. Und Kosten ist Werteverzehr. Und zwar betriebsbezogener Werteverzehr. Und wenn wir also Kapital dort im Lager gebunden haben, denkt man im Sinne von Nutzenentgang. Nutzenentgang ist hier das Stichwort. Und um das zu berechnen, braucht man einen Lagerzinssatz. So, wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann sagt man noch weitere Kennzahlen. Wenn man also noch irgendwie was hat und das passt nicht in die beiden Kategorien, die man bisher gewählt hat, dann macht man einfach weitere Kennzahlen. Und hier habe ich nämlich noch zwei. Mir fällt auch nichts Besseres ein. Also ich orientiere mich hier ein bisschen an etwas, was ich gefunden habe in der Literatur. Aber mir fällt auch nichts Besseres ein als weitere Kennzahlen. Denn diese beiden Kennzahlen heißen Lager, ich kürze wieder ab, Nutzungsgrad. Lager und Nutzungsgrad. Im Prinzip könnte man das vielleicht sogar auch noch als Lagermesszahl sehen. Also links rüber nehmen. Lager und Nutzungsgrad ist einfach die Frage, wie stark wird das Lager ausgenutzt? Wie viel haben wir an Lagerkapazität und wie viel nutzen wir? Also Kapazitätsausnutzung könnte man es auch nennen. Bei einer Maschine würde man eher so reden, aber es ist der gleiche Gedanke. Und die Lieferzuverlässigkeit. Manche benutzen hier andere Begriffe, die sprechen auch von Anfragezuverlässigkeit. Das heißt, hier stellt man sich vor, dass jemand ins Lager geht und sagt, habt ihr das und das Teil? Und wenn die dann sagen, jawohl, hier ist es, bitte Materialentnahmeschein ausfüllen und dann kannst du gehen, dann nennen wir das Lieferzuverlässigkeit oder Anfragezuverlässigkeit. Oder vielleicht gibt es noch weitere Begriffe, die alle das Gleiche sagen. Wenn von zehn Anfragen ans Lager acht Dinge verfügbar sind, dann haben wir eine Lieferzuverlässigkeit oder Anfragezuverlässigkeit von 80%. Ja, das ist also auch eine weitere durchaus wichtige Kennzahl. Auch dieses Video ist wieder relativ kurz, sodass ich hier einen Abspann hinten dran hänge, in dem Sie, wenn Sie Lust haben, schauen können, warum meine Methode, meine Lernmethode so gut funktioniert, wie sie funktioniert. Alles Gute, Marius Ebert. Wie kann man mit meiner Methode so schnell lernen? Mein Name ist Marius Ebert und ich gebe Ihnen eine Erklärung. Nehmen wir an, hier ist die Prüfung P, die Sie anstreben. Und Sie befinden sich auf diesem Weg zu dieser Prüfung P. Diese Prüfung P bezieht sich auf einen Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer. Dann müssen Sie auf diesem Weg dahin, also sozusagen vorher, links von dieser geschrichteten Linie, ein paar Arbeiten bewältigen, zwingend. Und diese Arbeiten heißen SSL. Was heißt das? Das Erste, was Sie tun müssen, Sie müssen den Lernstoff selektieren. Sie müssen also nach dem Kriterium der Relevanz auswählen, was aus der ganzen Fülle, die Sie in der Regel bekommen. Sie bekommen in der Regel in einem Lehrinstitut nicht zu wenig, Sie bekommen zu viel. Sie werden zu gemüllt mit Kopien aus Büchern und noch mehr Kopien und noch mehr Skripten. Sie müssen selektieren, was wirklich relevant ist. Oder wo vielleicht nur ein Dozent oder ein Dozent in seinem Hobby oder ihrem Hobby nachgegangen ist. Das Zweite ist, Sie müssen strukturieren. Sie müssen den Lernstoff in eine Form bringen. Was sind Grundgedanken, was sind Details, was sind weitere Details? Das typische Vorgehen eines Anfängers ist, dass er sich an irgendwelche Details klammert, weil er sich diese Details genau vorstellen kann. Das heißt, er beschäftigt sich mit den Maserungen eines Blattes, hat aber keine Ahnung, zu welchem Zweig dieses Blatt gehört, weiß nicht, dass der Zweig zu einem Ast gehört, weiß nicht, dass der Ast zu einem Stamm führt und dass der Stamm eine, zwei oder drei Wurzeln hat. Strukturierung bedeutet, die Baumstruktur, die eine gute Struktur ist, um Lernstoff abzubilden, abzubilden, den Lernstoff also in diese Struktur zu bringen wie ein Baum. Was ist Wurzel, was ist Stamm, was sind Zweige, was sind Äste und was sind dann kleinere Äste und was sind dann Blätter? Ja, das bedeutet Strukturierung. Und das Dritte ist das eigentliche Lernen. Und das eigentliche Lernen besteht aus drei Schritten. Die heißen Verstehen, Vertiefen, Verwenden. Verwenden, fangen wir mal hinten an, Verwenden ist das Aktivieren in der Prüfung. Verwenden heißt Aktivieren, heißt Umsetzen in Punkte. Denn diese Prüfung ist eine handlungsorientierte Prüfung, die man nicht im Reproduktionsmodus bewältigen kann. Das heißt, es ist nicht so, dass man ein Gedicht auswendig lernt und in der Prüfung schriftlich oder mündlich sein Gedicht aufsagt. Sondern man muss praktische Situationen mit seinem Wissen bewältigen. Und das ist dieses Dritte V, das Verwenden heißt Anwenden, heißt Umsetzen in Punkte. Das erste V hier oben ist das Verstehen. Wenn man vorher strukturiert hat, ist das Verstehen schon erheblich einfacher. Dann weiß man nämlich, man ist hier, man ist in den Maserungen eines Blattes. Oder man ist hier, am Stamm des Baumes. Oder man ist hier, an der Wurzel. Ja, schon das ist wichtig für das Verstehen, um die Zusammenhänge und die Auswirkungen zu sehen. Verstehen. Das Zweite ist das Vertiefen. Vertiefen bedeutet Überführen in unser Langzeitgedächtnis. Und das Dritte, das Verwenden, ist das Aktivieren für die Prüfung. So. Normalerweise müssen Sie auf dem Weg zur Prüfung alle drei Schritte bewältigen. Sie bekommen in einem Fernlehrgangsinstitut oder in einem Präsenzseminar zu viel Material. Nicht zu wenig, zu viel. Sie müssen also selektieren. Dann müssen Sie strukturieren. Ja, aber die Dozenten, die haben das doch hoffentlich. Nein, haben Sie nicht. Der eine hat ein Skript, der andere hat Folien. Der Dritte hat gar nichts. Alles passt nicht zueinander, ist nicht aufeinander abgestimmt. Das heißt, Sie müssen selber die Strukturierungsarbeit leisten. Und danach müssen Sie noch lernen, das heißt, diese drei Schritte durchlaufen, verstehen, was Ihnen normalerweise schwerfällt, wenn Sie ein Präsenzseminar oder einen Fernlehrgang besuchen, weil Sie unstrukturiertes und unselektiertes Lernmaterial vor sich haben. Aber Sie müssen verstehen, Sie müssen vertiefen und Sie müssen auch das Verwenden, das Aktivieren üben. Der eine muss hier mehr üben, der andere weniger, um P, die Prüfung schriftlich und mündlich, in der Regel ist eine schriftliche Prüfung noch irgendwo eine mündliche Prüfung, zu bewältigen. Warum ist Marius Ebert mit seiner Methode seit 25 Jahren deutlich schneller als alle anderen, beziehungsweise die Leute, die mit seiner Methode arbeiten? Eine wesentliche Antwort, die ich hier geben kann, ist, diese beiden Schritte, selektieren und strukturieren, habe ich für Sie gemacht und anderswo wird es nicht gemacht. Und das kann ich grundsätzlich durch die Bank für fast alles sagen, was dort am Markt an Angebot sich befindet. Das Selektieren und das Strukturieren ist beides schon erledigt. Sie brauchen also nur noch das L, Sie brauchen nur noch zu lernen, indem Sie diese drei Schritte durchlaufen. Das Verstehen, das Vertiefen, zum Vertiefen gibt es Lernhilfen wie Hörbücher, also in dem Fall ein Hörbuch zu dem entsprechenden Abschluss. Und es gibt Lernkarten, die sind im Wesentlichen zum Vertiefen. Zum Verstehen gibt es die Selektion und die Strukturierung, die ist schon passiert. Das ist eine brutale Arbeit. Ja, ich weiß, von was ich rede, aber es ist für Sie gemacht. Das erfolgt heute in Form von Videos und darauf abgestimmten Skripten. Alles aus einer Hand, nämlich aus meiner. Alles aufeinander abgestimmt. Wiederholungen an der Stelle, wo es nötig ist und nicht, weil zufällig zwei Dozenten sich überhaupt nicht aufeinander abgestimmt haben. Normalerweise im Präsenzseminar hören Sie manche Sachen dreimal und manche Sachen gar nicht, weil niemand diese sechs, sieben Dozenten, die sich in so einem Lehrgang befinden, koordiniert. Eine Koordination findet nicht statt. Hier bei mir findet eine solche Koordination statt. Und der Lernende leidet, wenn er diese Koordination nicht hat. Deswegen nenne ich das, was ich hier mache, auch Lernen ohne Leiden. Weil Sie hier anfangen können, Sie können hier einsteigen. Sie müssen das nur noch lernen. Wenn wir sagen, das sind hier zwei Drittel, das ist hier ein Drittel, auch vom Zeitaufwand, vom Energieaufwand, ist es hier bei den zwei Dritteln sogar noch mehr. Kostet viel, viel mehr Energie, als einen vorbereiteten Weg zu gehen, wo einem jemand ganz klar zeigt, wir sind hier an der Wurzel, aus der Wurzel ist dieser Stamm entstanden. Dann hatten wir hier verschiedene Zweige, dann haben wir Äste, dann haben wir hier Blätter. Ja, das passiert in den Videos und in den entsprechenden Begleitskripten. Diese ein Drittel sind von der Energie, vom Kraftaufwand sehr viel weniger, als hier das Selektieren und das Strukturieren. Und das ist die plausibelste für den Externen, für den Nichtfachmann, der sich nicht mit Gedächtnis und Lernen und Bewusstsein und diesen Themen seit, wie ich das mache, seit mindestens 30 Jahren beschäftigt. Die einleuchtendste und plausibelste Erklärung, die ich geben kann, warum das bei mir so schnell funktioniert und warum es im Umkehrschluss, anderswo, im Präsenzseminar oder im Fernlehrgang immer Leiden bedeutet. Und hier das Ganze ein schneller Weg ist Lernen ohne Leiden.